Musik Birliman XA, echte Überlegenheit Seit mehr als 65 Jahren sind bei Birliman Pionierleistungen im Traktorenbau Tradition. Das neueste Beispiel ist die Modellreihe XA. Modernste Technik gepaart mit Komfortmerkmalen, wobei Leistung und Design in dieser 60-70 PS-Klasse erstmalig und exklusiv sind. Musik Hürliman XA, 65 oder 70 PS mit leistungsfähigen 3- respektive 4-Zylindermotoren. Saubere Durchführungsmöglichkeiten für Kabel aus der Kabine nach hinten und viele, viele andere Details, welche anderswo nicht einmal als Zusatz lieferbar sind. Dies alles ist beim Hürliman XA in der Grundausführung inbegriffen. Musik Elegante Kabine mit höchsten Komfortmerkmalen und absolut freier Rundumsicht. Bei Hürliman versteht man unter Komfort bequemes Arbeiten mit größter Sicherheit. Alle Bedienungselemente sind am richtigen Ort. Die Druckknöpfe für die hydraulischen Steuerungen, der Schalthebel mit Kippschalter für das Powershift-Lastschaltgetriebe und die Memory-Tasten für die elektronische Motorregelung. Musik Komfortmerkmale wie bequemer Einstieg, völlig ebener Boden und hängende Pedale. Die Kabine des Hürliman XA ist die modernste Komfortkabine überhaupt. Musik Sitzverstellung für jede Größe und jedes Gewicht. Musik Servolenkung und verstellbares Lenkrad. Musik Leistungsfähige Heizung und Lüftung, auf Wunsch sogar eine integrierte Klimaanlage. Und der niedere Lärmpegel in der isolierten Kabine garantieren Wohlbefinden wie in einem Personenwagen. Musik Und wer gerne frische Luft genießt, kann Front- und Heckscheibe weit ausstellen. Musik Die hervorragenden technischen Merkmale begeistern jeden Fahrer auf Anhieb. Musik Das Drei-Stufen-Lastschaltgetriebe Full Drive mit gut sichtbaren Anzeigen im Blickfeld des Fahrers orientiert stets über die gewählte Stufe. Die Version für die Schweiz bietet einen echten Spar- und Schongang. Bei 30 km pro Stunde fahren Sie ruhig mit niedriger Drehzahl und viel Kraftreserve. Die drei Lastschaltstufen pro Gang werden ohne zu kuppeln über einen bequemen Kippschalter am Schalthebel angeweht. Die Motoren, drei Zylinder Turbo beim 65 PS und vier Zylinder beim 70 PS XA ergänzen mit hoher Elastizität die Getriebevorteile in idealer Art. Die absolute Neuheit bei Motoren dieser Leistungsklasse ist die elektronische Einspritzung. Die Steuerung des Handgases erfolgt über Tasten. Über dieses Tastenfeld kann die Motordrehzahl für maximale Kraft, optimale Wirtschaftlichkeit bei minimalem Brennstoffverbrauch entsprechend geregelt werden. Die elektronische Motorregelung ist Garant für höchste Arbeitsqualität bei niedrigstem Brennstoffverbrauch. Das Tastenfeld ermöglicht die höchst präzise Einstellung der benötigten Drehzahlen und bietet darüber hinaus simpel einfache Memory-Funktionen. Die vorgewählten Drehzahlen können über Tastendruck jederzeit abgerufen werden. Das Tastenfeld speichert die Drehzahlen, welche jederzeit über die Memory-Tasten abgerufen werden können. Die Elektronik garantiert damit präzise Einhaltung der vorgewählten Drehzahl auch bei variierenden Arbeitslasten. Die Schaltung der drei Zapfwellengeschwindigkeiten von 540, 750 und 1000 Umdrehungen pro Minute erfolgt elektrohydraulisch, auf Wunsch auch am Heck. Die komplette Grundausrüstung umfasst unter anderem drei Zusatzsteuergeräte mit sechs Anschlüssen, ein Durchflussregler für den Betrieb eines Ölmotors mit freiem Rücklauf und vier Arbeitsscheinwerfer. Der Hörlimann XA hat einen maximalen Lenkeinschlag von 55 Grad. Das weiß jeder Fahrer zu schätzen, der auf engstem Raum manövrieren muss. Die Gesamthöhe ohne Klimaanlage beträgt nur 2,40 Meter. Beachten Sie nochmals den großen Lenkeinschlag von 55 Grad, den völlig integrierten Antrieb und die vorderen Scheibenbremsen, je eine pro Rad. Weltexklusiv hat der Zweirad XA sogar 70 Grad Lenkeinschlag und ebenfalls im Ölbad laufende Scheibenbremsen an beiden Vorderrädern. Somit sind die Hörlimann Traktoren die einzigen Traktoren mit vier vollwertigen Scheibenbremsen. Die Motorhaube öffnet weit nach oben wie bei einem PW. Seitenteile und Kühlerhaube können mühelos ohne Verschraubungen abgenommen werden und schon durch wenige einfache Handgriffe sind alle Aggregate frei für Servicearbeiten. Die optimale Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten beweist die fortschrittliche Konstruktion des Hörlimann XA. Beim Hörlimann XA ist ab Werk die bekannte vollintegrierte Frontzappwelle mit Fronthydraulik lieferbar. 250 Kilogramm leicht absetzbarer Frontballast gehören zur Fronthydraulik. Hörlimann XA – Echte Überlegenheit Das ist die Wartung des Hörlimanns 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 des Hörlimann